Schlossparkfest in Essen bei Auerbach. Hier bin ich am historischen Autos gerufen. Das Lied habe ich auch immer wieder gerne gehört. Fahrgeschäft von Victor Müller, der Selbstfahrer. Da vorne sehen wir die Raupe. Im Moment ist Pause, fährt für nichts. Hier sind weitere schöne Dinge. Das Schloss. Viele Bands, die auf Bühnen auftreten und für gute Musik sorgen. Für jeden was dabei. Essstände, wo man gemütlich was trinken kann. Und da hinten geht es weiter. Und da sind noch weitere Stände. Ich habe gerade schon mal ein Video gemacht. Und ich mache immer wieder denselben Fehler. Das Smartphone braucht eine Zeit, bis das Video verarbeitet ist. Wenn man die Kamera zu schnell schließt, ist das nicht gespeichert. Das ist alles umsonst gewesen. Das ist ärgerlich. Das ist alles umsonst gewesen. Also das Ganze nochmal. Das war die Wiesensinne. Das ist ja Mac. Das war die Wiesensinne. Das war die Wiesensinne. Vielen Dank.